Ja, da sind wir wieder. Ol Blasberg. Ja, hier, hier, hier. Viel schneller, als ihr gewohnt seid, weil, Kai hat einen guten Punkt gemacht, wenn wir sagen, Dienstags machen wir es auch Dienstags, obwohl wir es letzte Woche einfach am Freitag gemacht haben, weil ich eben dann erst aus dem Urlaub kam. Weil nämlich Dienstags nach meinem Dafürhalten am wenigsten Podcasts erscheinen. Ach so, echt? Ja, weil die meisten konzentrieren sich so vor das Wochenende oder direkt nach dem Wochenende. Warum weil die Leute Zeit haben, da zu hören. Ja, angeblich, ach weißt du, diese ganzen Untersuchungen, angeblich hören Leute einen Podcast auch nur 23 Minuten und mehr haben sie nicht mehr ausreichend Zeit und es sind ja sowieso, Podcast-Hörer sind ja eher jüngere Männer. Frauen hören ja ganz wenig Podcasts, weil sie irgendwie zu wenig Zeit dafür haben und eigentlich dürften wir gar keinen machen, weil wir gar keine Klientel haben. Und wenn wir eine Klientel haben, dann aus deiner Ecke und da werde ich dann immer beschimpft, letztens war ich jetzt Antisemit, wurde ich in die Rotschild-Ecke geträumt. Das ist alles so. Das ist alles so. Da kannst du an diesen kleinen Miniatür kann man bei uns eigentlich so verstehen, was im Internet alles schiefläuft. Die rotzen ihre Nicht-Meinung, ihre Stimmung gerade mal so in drei Worten raus und dann ist bremst, die bremt die ganze Erde. Apropos. Viele machen sich auch keine Mühe. Man könnte ja auch mal bei YouTube drunter schreiben, eine Seite, eine halbe Seite, ein bisschen länger. Aber viele merkst du auch, die finden es gut, dass wir nicht immer einer Meinung sind und diese sagen, das finden die gut, dass man beide Seiten der Medaille beleuchtet und auch sozusagen in so einem Austausch ist, wo nicht immer beide Partner dieselbe Meinung haben, wie in den meisten Talkshows. Ach, wir haben doch eigentlich die gleiche Meinung. Die Wege, ab und zu haben wir die Wege unterschiedlich. Ich habe gestern eine vierteilige Personality über Sarah Wagenknecht gesehen, vom MDR. Ja. Mit ein paar Neuigkeiten da drin, die mich aber noch mal bestätigt haben, was das eigentlich für ein Geschöpf ist, die eigentlich ihre gesamte politische Karriere nur mit dagegen sein bestreitet. Und die haben immer, immer abstrusere Forderungen aufstellt, nur sie guckt immer sich den Markt danach an, also den Markt der politischen Bestimmungen und dann ist sie für eine Meinung, die sonst keiner hat. Ja, die ist also, wo sie herkommt und was sie heute vertritt, das hat überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Und das ist schön, wenn jetzt solche Dokumentationen in der ARD-Mediathek, kann man die gucken, unter MDR, mal anschaut. Ist ja eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit, muss man wirklich sagen, ja, was die auch alles für Scheiße frisst, also was die für Anfeindungen überlebt hat und mitmacht und und wie wenig man letztlich doch von dieser Person, obwohl die seit 30 Jahren in unserem Leben ist, du kriegst von der eigentlich gar nichts mit. Du weißt nur, das ist diese, die trägt ihre Rüstung, diese Uniform, die sie trägt, wie früher auch die Merkel. Ja, die ist gar nicht erkennbar als Person, schon gar nicht als Frau. Und dann rennt sie plötzlich mit so einem Scheintoten da rum, mit Oskar Lafontaine, wo du dann auch sagst, was ist mit dir denn nicht in Ordnung? Was hast du denn so ein Opa an deiner Seite? Aber gut. Das hat mich auch gewundert. Aber das macht das hervorragend. Ja gut, das ist ein extrem guter Mentor. Ja, ja, das auch. Politisch war er so auf derselben Wellenlänge. Der hat ja auch ständig seine eigenen Gerüste umgeworfen und es war ihm immer wichtiger, dass er Recht behält, als dass er irgendwie durchkommt mit oder vielleicht sogar Erfolg hat, sondern der hatte seinen Erfolg eben nur durch das Kontra. Immer dagegen sein, um jeden Preis. Ja, aber andererseits, guck mal, wo er zurückgetreten ist als Finanzminister, da hattest du so eine, das kannst du ja so und so sehen, du stielst dich aus der Verantwortung oder aber, wie er es ja auch begründet hat, du kannst eben nicht alles mitmachen. Und jetzt beim Lindner zum Beispiel hast du ja den Eindruck, zu guter Letzt macht er dann doch alles mit, damit er die Regierung nicht gefährdet. Das ist immer so dieses Ding bei Politikern. Entweder die machen alles einfach mit, auch gegen ihre eigenen Überzeugungen oder aber, und das ist seltener, sie kleben nicht so an ihrem Stuhl, wie damals der Lafontaine, der hat sich mit dem Schröder eben total überworfen. Ich weiß nicht, ob er sich bei sich im Haus da verbarrikadiert hat. Mit seinem Sohn auf den Schultern, mit diesen Schuhen an, also ikonische Bilder. Ja, aber das war ja, sowas ist nicht oft vorgekommen. Wir haben eher Leute wie Jens Spahn und Co., die einfach immer weiter machen wollen, immer weiter machen, Hauptsache sie behalten die Position und dann ändern sie, eher sie ihre Position, ihr Amt ändern, ändern sie lieber ihre Meinung. Ja, und da hilft es natürlich wie im Falle Jens Spahn oder Christian Lindner, auch wenn man gar keine hat. Das ist viel schöner, ja, wenn man so Grundsatzpositionen, so einen Urhafen hat, auf die man dann immer so zurück, ja, wir müssen sparen, ja, wir müssen den Arm das Geld wegnehmen, so konservative Grundpositionen, aber ansonsten, ja gut, ich bin ja nur eine Partei von so und so viel Prozent, ich kann mich da nicht durchsetzen, aber ich kriege ja auf jeden Fall wieder irgendeinen Staatssekretärenposten oder einen Ministerposten, ich bin so, ja, das sind ja beide, ich meine, die Jungs sind 15 Jahre jünger als wir und wir kennen die, solange wir denken können, die sind immer da und wenn du fragst, wenn jemand jeden Abend in deinem Wohnzimmer sitzt, ja, übers Fernsehen und du fragst sie, wofür steht der eigentlich, was will der eigentlich, was hat der für eine Meinung, was hat der für Grundpositionen, dann weißt du bei beiden eigentlich nichts zu sagen. Nö, nö, das stimmt, die haben sich ewig weiter verändert, wenn du den Wahlkampf der FDP gesehen hast, dann hast du dich danach gefragt, wie kann der überhaupt eine Koalition mit den Grünen und der SPD überhaupt eingehen, aber es war eben, er wollte unbedingt Finanzminister werden. Ich meine, die grundsätzliche Frage, die man ja einfach mal so in den Raum stellen muss, ist, generell bei so politischen Blöcken, ja, wie willst du die Gesellschaft organisieren, in der du lebst? Willst du es möglichst, möglichst sozusagen frei vom Markt entscheiden lassen, dass du überhaupt sozusagen durch Wettbewerb entwickelt sich alles positiv und du willst den Wettbewerb stärken, das heißt, du willst den Staat klein halten, du willst die Steuereinnahmen dann eher klein halten, weil den Staat klein hältst und so weiter und willst es dem Markt zur Verfügung stellen oder willst du von Regierungsseite oder vom staatlicher Seite doch lieber alles bestimmen, überall den Finger drauf legen und im Endeffekt immer mehr Regierungsprojekte machen. Ja, dass die Regierung alles anleiert und du lässt die Wirtschaft nicht machen. Und wir wissen beide, dass im Extrem beides nicht funktioniert und beides zum totalen Kollaps führt. Ja, wenn du den Markt komplett alleine lässt und regulierst gar nichts, führt es dazu, ein bisschen was wir jetzt haben, ja, dass dann ein paar Leute haben, hunderte von Milliarden und der Rest kommt kaum durch. Wenn du aber zu viel regulierst und zu viel dich einmischst, denke ich, führt es eben leider dazu, dass die Leute auch lazy werden, dass wir dann die Viertagewoche haben, nur noch Homeoffice, ich will mit 59 in Rente bei vollem Lohnsgleich. Das küttert Illusionen, die dann aber einfach das Leben nicht hergeben wird. Ich glaube, die Leute haben eine falsche Vorstellung mittlerweile über Arbeit und wie Gesellschaft an sich funktioniert. Das stimmt hundertprozentig, aber die Fragen, die wir da stellen, die haben wir ja schon beantwortet mit der EU. Also wir haben ja spätestens mit den Nullerjahren haben wir ja Integration von allen möglichen Ländern noch begonnen, wo wir gesagt haben, kommt zu uns, dann wird es euch besser gehen. Und diese EU bestimmt unser Leben viel mehr als eine deutsche Bundesregierung. Das heißt, die Frage ist ja, das ist ja eine staatlich regulierende Konstruktion, die die Gemeinschaft höher setzt als das Individuum. Also die Frage ist beantwortet. Die EU ist ein grundsätzlich staatliches Gewese und der Staat folgt diesen Maßgaben. Die Wahrheit ist aber auch, nach klassischen demokratischen Gesichtspunkten ist die EU gar nicht strukturiert, weil ja die Kommission, deren Vorsitzende Ursula von der Leyen, ja damals zum Beispiel einfach installiert wurde. Die war ja gar nicht zur Wahl stehend. Da wurde dann nur gesagt, na ja, diesen CDU-Hansel, den können wir jetzt nicht nehmen. Da nehmen wir dann halt die Ursula, weil die hat sowieso so viel Scheiße gebaut im Verteidigungsministerium. Die müssen wir irgendwo wegkriegen. Und jetzt ist sie dann mit 66 Jahren wiedergewählt worden und wird dann mit 71 irgendwann in Pension gehen oder eben auch weitermachen. Aber es ist ja gar nicht so die Personalisierung, sondern in Wirklichkeit ist ja EU etwas sehr Amorphes im Hintergrund. Du weißt ja gar nicht, was alles von da gemacht wird und wie dann Entscheidungsprozesse zustande kommen. Du weißt nur, es sind unheimlich viele Lobbyisten da am Werke. Ganz viele Konstruktionen werden so lange durch so eine Mühle getrieben, bis du keine Ziele mehr erkennst. Und da bin ich eben bei meinem grundsätzlichen Kritikpunkt an Politik, in wie weit Politik überhaupt noch zu erkennen ist. Also du hast Parteiprogramme, du hast die Grünen, du hast die FDP, du hast die SPD, du hast die CDU und du weißt gar nicht, was von deren Politik überhaupt erkennbar rauskommt. Und deswegen versuchen eben die Menschen, weil sie ja immer noch daran glauben, dass Demokratie funktioniert, versuchen sie ihre Stimme woanders unterzubringen. Und dabei stellt sich dann eben heraus, das Allerschlimmste, was sie machen können, ist eine Partei zu wählen, die komplett gegen ihre Interessen programmiert ist, nämlich die AfD. Dann stellen sie fest, wie viele, die Hälfte der AfD-Wähler gehen jetzt zu Sarah Wagenknecht, weil sie... Die überspricht mehr Sozialstaaten natürlich auch. Genau, diese Rechtslastigkeit eben gar nicht in den Knochen hat, sondern viele, gerade auch ehemalige PDS-Wähler, ehemalige DDR-Einwohner, die sagen, wir wollen eigentlich, dass der Staat sich mehr um uns kümmert und dass wir mehr davon abkriegen. Und sie kriegt eben gleichzeitig neben diesem sozialistischen Ansatz, also sich um... Der Staat kümmert sich um die Menschen, verspricht sie eben auch, aber das gilt dann nur auf nationaler Ebene. Also nicht bio-reine Figuren, die kommen dann nicht mehr in diesen Sozialstaat rein. Das ist das, was sie anspricht und mit dem sie da auch spielt und dem sie sich ja auch heftig auseinandersetzen muss, was die Vorwürfe angeht. Weil sie natürlich eine sozialistische Idee, nämlich die der Internationalen, das ist ja der Unterschied zu den Nationalsozialisten, dass eben Internationales geöffnet wird, dass das von ihr verraten wird. Weil, das war auch in dieser Dokumentation schön zu sehen, der Oskar Lafontaine hat das auch immer propagiert. Das hat übrigens auch, wenn man ganz weit zurück geht, Helmut Schmidt immer propagiert. Ein staatliches Gewese ist ein in sich geschlossenes. Das kann nicht unbegrenzt Dinge aufnehmen. Und dieses unbegrenzt Dinge aufnehmen ist ja die große Lüge dahinter. Die Menschen aufnehmen oder was? Ja, die eine Seite sagt immer, wir brauchen mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland, weil wir selber zu wenig Kinder geboren haben, weil wir zu wenig Fachkräfte haben, was so ja auch nicht stimmt. Die andere Seite sagt, ja, aber wir müssen andere Leute holen als die, die kommen. Und beide haben recht. So. Jetzt ist aber keiner da, der sagt, dann regeln wir das mal. Beziehungsweise es gibt jetzt ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das aber der Administration überlassen wird, zu handeln. Das heißt, die Behörden vor Ort entscheiden, welche Aufenthaltsstaat die welcher Mensch bekommt. Und so kann das nicht funktionieren. Weil die Politik sich, nachdem sie Gesetze verabschiedet hat, um die Exekution der Gesetze nicht mehr kümmert. Ja, aber das sind natürlich, das hast du ja auch bei manchen TV-Diskussionen gesehen, mit dem Omnipur oder wer da alles saß, die dann gesagt haben, das ist Ländersache. Die ziehen sich damit natürlich aus Affären, indem sie quasi sagen, Abschiebungsmenschen, Ländersache, wie die untergebracht werden, ist Ländersache. Und dann zieht sich sozusagen die, ähnlich wie Trump sich aus diesem Abtreibungsding rausgezogen hat, aus der Diskussion, weil er natürlich in Städte für Abtreibung ist, aus eigenem Interesse, hat er eben gesagt, das ist Ländersache in den USA. Weil er weiß, wenn er jetzt knallhart auf diesen Christentrip geht und sagt, Abtreibung geht nicht, ist verboten, also ab dem ersten Tag, dann weiß er, verliert er viel zu viele Wähler. Also hat er gesagt, Ländersache. Und so macht es auch die Politik in Deutschland mit der Migration. Genau, und da sagen aber die Bürger natürlich, ihr müsst doch diese ganzen Sachen für uns regeln und euch nicht nur gegenseitig den schwarzen Peter zu schieben. Und da geht dann eben Vertrauen verloren und das geht nachhaltig verloren, wenn dann die Omnipurs dieser Welt bei Land sitzen und ständig nur diese Texte aufsagen. Weil du natürlich zweierlei Fragen stellst. Erstens, warum soll ich dich wählen, wenn du sowieso nichts durchsetzt? Und zweitens, warum sind denn die, an die er das wegschiebt, nicht in der Lage das zu tun? Und da ist eben die Frage, die ich als aufgeklärter Bürger stellen möchte, können wir das nicht oder wollen wir das nicht? Das sind ja zwei Fragen, ja? Ja, oder Angst, da ist auch Angst dabei, glaube ich. Wenn wir das nicht wollen, ist ja vollkommen legitim. Du kannst, das ist ja dann eine Willensbezeichnung. Wenn du als Staat oder staatliche Organisation sagst, wir wollen keine Flüchtlinge aufnehmen, wir wollen keine Geflüchteten aufnehmen, dann muss man das sagen. Und das hat ja dann auch eine Signalwirkung. Wenn man aber so tut, wir würden ja wollen, aber wir können es nicht, weil irgendeiner sagt, 30.000 sind zu viel oder der andere sagt, 3.000 sind zu viel oder der andere sagt, 300 sind zu viel. Das sind dann nur noch Zahlenarithmetiken. Die Wahrheit ist, natürlich können wir das, aber wir wollen es nicht. Und mit diesem Nicht-Wollen wird eben Politik gemacht. Und das hat aber mit politischen Ansätzen gar nichts zu tun, sondern das ist nur Stimmungsmache. Und das, daran krankt eine Demokratie, die so aufgebaut ist wie die unsere. Ja, aber wenn du mal in die Wirtschaft reinguckst, guck dir doch an, wie letztens wurde doch so ein Bau von irgendeiner, war das Tesla oder irgendwas, wurde verzögert und verzögert wegen einem Vogel, der unter Naturschutz steht und da vor einem Jahr gesichtet worden ist, als ob der da brütet. Und da ist wieder, meines Erachtens, das ist das, was nicht von der EU abgedeckt wird. Sondern eben, wo die Bürokratie einfach in alles eingreift. Und so eingreift, dass sich wirtschaftliches Verhalten, unternehmerisches Verhalten oder auch persönliches Verhalten, wie wir ja bei den ganzen, bei Covid dann gesehen haben und so weiter, wo einfach immer wieder eingegriffen wird in die persönliche Freiheit und in die persönlichen Entscheidungswege auch. Und das führt dann eben dazu, dass Unternehmen keine Lust haben, Arbeitsplätze zu schaffen, dass Unternehmen auch aufgeben nach einer Zeit und sagen, ich kann jetzt leider nicht 20 Jahre im Voraus planen. Wir haben letztes Jahr gesagt, wir würden hier 500 Arbeitsplätze schaffen, aber nur, wenn wir sie jetzt auch schaffen. Und das ist eben, was ich sehe, heute war wieder die Meldung, 0,1 Prozent Wirtschaftsschrumpfung in Deutschland im zweiten Quartal. Damit sind wir tatsächlich ganz brutal das Schlusslicht. Ja, die anderen haben aber gegenüber uns auch viel mehr aufzuholen. Also wir sind ja so in einer saturierten Situation. Wir sind ja viel besser durch Corona gekommen. Also diese ganzen Zahlenvergleiche untereinander, die haben überhaupt keinen Wert. Das Bruttosozialprodukt weiß doch kein Mensch, wie sich das zusammensetzt. Das immer miteinander zu vergleichen und immer Zahlen durch die Gegend zu jagen, ist nur eine Profilierung von Journalisten. Es hat keinen inneren Wert. Es hat nichts mit uns zu tun. Sondern wir leiden darunter, dass wir viel zu viel regeln. Dass viel zu viel in Gesetze gegossen ist. Dass viel zu viel trotzdem der Administration überlassen wird. Ein winzigstes Beispiel. Ich habe hier ein Ferienhaus nebenan, das ich vermiete. Was die Administration nicht weiß, ist, dass ich das überhaupt nicht vermieten darf. Weil solche Erschließungspläne das gar nicht vorsehen, dass ich hier ein Ferienhaus anbiete. Ist aber allen egal. Dann haben sie gesagt, du machst doch da Umsatz. Du erhebst doch Mehrwertsteuer. Dann musst du eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Dann habe ich das getan. Dann wurde das Geld überwiesen. Und dann wurde gesagt, warum überweist du uns denn Geld? Sag ich ja, weil ihr das haben wolltet. Weil ihr wollt eine Umsatzsteuervoranmeldung. Ja, aber wir dachten, das wäre mehr. Sagte ich ja, aber das weiß ich doch nicht. Das habt ihr mir noch nicht gesagt, dass ich mehr überweisen muss. Beziehungsweise ich überweise ja nur das, was ich einnehme an Mehrwertsteuer, von denen, denen ich das abnehme. Dann sagen sie, ja, aber wenn das so geringe Summen sind, dann musst du keine machen. Dann kannst du das in Steuererklärung dann machen. Sag ich ja, aber das müsst ihr mir noch mitteilen. Ja, das haben wir gedacht, dass sie das wissen. Vielen Dank. So, damit hast du Stunden an Arbeit verbracht, die vollkommen sinnlos waren. Und die auf der anderen Seite auch. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel, wie der Staat in jeden Furz eingreift, weil er diese Administration aufgebaut hat. Und diese Administration sagt, das ist aber viel zu viel Arbeit, das können wir doch gar nicht leisten. Und sagen dann, wir brauchen einen neuen Stellenplan. Also wächst die Administration, weil sie sich um Dinge kümmert, von denen sie dann später feststellt, dass sie sich nicht drum kümmern will. So, und dieser Rattenschwanz, den hast du immer und überall und ständig. Ja, aber das meinte ich ja, mit dieser Verkomplizierung, weil die Behörden an sich oder der Bürokratie, der Beamtenapparat in Deutschland sich irgendwann quasi verselbstständigt haben. Genau. Dass die dann sozusagen, das ist ein Riesenbusiness. Es gab ja mal diesen einen Skandal, wenn wir das letztes Jahr, wo eine vom Finanzministerium quasi Vorlesungen gehalten hat bei Frankfurter Banken, wie man Steuern sparen kann. Da wird die dann geheirat und kann sich noch zusätzlich Geld verdienen. Also im Prinzip ja Korruption pur. Und da hat dann eben, wo sie das dem Kühnert, haben sie das doch gezeigt. Und der sagt, ja, das geht ja nicht, das geht ja nicht und so weiter. Und da würde ich mal wundern, ob da überhaupt was passiert ist danach. Nein, da ist überhaupt nichts passiert, weil da ja überhaupt kein Zugriff drüber ist, weil das ja nicht gesetzwidrig war. Sie darf das ja. Es ist ihr ja erlaubt gewesen. Und die war ja im Zuständigkeitsbereich von Christian Lindner. Der Herr Kühnert als Generalsekretär der SPD hat rein gar nichts damit zu tun. Du hättest ihn auch nach den Ergebnissen von Arminia Bielefeld befragen können. Hätte er genau das Gleiche irgendwie gesagt. Ja, die haben schlecht gespielt, das geht doch nicht. Die sollen besser Fußball spielen. So, das ist ja auch diese Inszenierung von Politik, dass die Wahrheit, sie die Administration verloren haben. Also dieses Omni-Ur-Beispiel, der sitzt ja bei Lanz als Vorsitzender der Grünen und weiß ja gar nicht, wie das dann weitergeht, nachdem er darüber beratschlagt hat, wie Gesetze vielleicht aussehen könnten. Nachdem sie dann den Prozess des Gesetzgebungsverfahren durchlaufen haben, landet das ja irgendwann bei diesen Landesbehörden, dann bei den Kreisbehörden und dann bei einem Landrat. Da wird die eigentliche Arbeit gemacht. Und die lesen sich das dann durch. Und davon kriegen die ja jeden Tag Tonnen von neuen Verordnungen. Das sind ja in der Regel Verordnungen, gar nicht Gesetze. Und dann nehmen die es in die Hand, wie sie es nach ihrem Landkreis, nach ihrer Kreisverwaltung vornehmen können. Denn schon die Politik ist ja nicht für den Bürger ausgerichtet, sondern die Politik auf höchster Ebene ist ja nur Inszenierung. Dafür gibt es ja auch die ganzen Fernsehsendungen, die ganze Selbstdarstellung. Aber die Behörden, die haben wiederum ein eigenes Bedürfnis nach Selbstausrichtung. Das heißt, die sind nicht für uns da, sondern die sagen, wie sind wir befasst und wie muss der Bürger sein, damit wir funktionieren. Und wenn du es so hast, dann ist das nicht mehr reformierfähig. Weil der eigentliche Gegenstand der Betrachtung, die Politik wollen uns als Wähler und die Bürokratie will uns als Gegenstand der Bürokratie. Und wir sagen, hallo, habt ihr es nur alle? Wir sind nicht für euch da, sondern ihr seid für uns da. Und dieses Missverständnis wird nicht aufgelöst, sondern es wird immer weiter wie so eine Planierraupe, die immer weiter den Schnee nach vorne schiebt und irgendwann sieht der Fahrer nichts mehr. Und in dem Zustand sind wir. Und ich sehe da keinen, der da Abhilfe schafft. Nee, aber ich sehe da, wo du sagst, das Bruttosozialprodukt spielt keine Rolle. Ja, Deutschland hat ein hohes Bruttosozialprodukt trotz allem, aber die Wachstumsraten bedeutet ja, nimmst du ein kleines Pisselsland, was jetzt urplötzlich 5% Wachstum hat, das ist schon ein klares Anzeichen, dass es da wirtschaftlich besser läuft als im Jahr davor. Und im Jahr in Deutschland läuft es eben jetzt seit anderthalb, zwei Jahren. Eigentlich kannst du sagen, als der Lockdown vorbei war und alles, fing es an für Deutschland deutlich schlechter zu laufen wirtschaftlich wie für andere Länder im Hinblick auf natürlich, dass die Großindustrie, und da ist nicht nur der Ukraine Krieg schuld oder die Energiepreise, aber die Großindustrie baut Stellen ab, auch wegen KI. Ich meine, SAP baut ja jetzt nicht 8000 Stellen ab wegen der Ukraine, sondern wegen KI. Die brauchen die Leute nicht mehr. Das passiert natürlich auch weniger in Griechenland, wo die Leute im Tourismusgewerbe mehr arbeiten und solche Sachen. Da leidet Deutschland, denke ich, also die Arbeitsplätze in Deutschland, die leiden unter E-Autos, Zug verpasst, plus KI, plus hohe Energiekosten. Und das führt dann dazu, dass eben die typischen Mittelschichtsjobs wegfallen. Ja gut, aber das ist natürlich eine industrielle Entwicklung, die immer so war. Also Industriearbeitsplätze sind immer voll lustig gegangen. Früher war es halt im Bergbau und von mir aus auch mal teilweise im Maschinenbau, die einfachen Arbeiten. Der wirklichen Arbeiter, also wo Handarbeit gemacht wird, die sind alle verschwunden und Servicebereiche sind ausgebaut worden. Früher hat ja ein Beamter, ein deutscher Beamter, die Pakete gebracht. Heute kommt irgendeiner, der der deutschen Sprache nicht mal rudimentär mächtig ist und knallt ja irgendein so einen Sack vor die Tür. So, diese Arbeitsplätze sind en masse entstanden, aber das sind natürlich keine Arbeitsplätze, die in unser Sozialsystem passen, weil diese Leute arbeiten alle zum Mindestlohn, die können nichts für ihr Alter zurücklegen, die kriegen überhaupt nichts an Rente, wenn die in 30 Jahren mal überhaupt in Rente gehen sollten. Das sind alles Probleme, die überhaupt nicht abgepasst sind. So, letztlich, letztlich ging es nur um die Schaffung von Arbeitsplätzen und wenn die jetzt abgebaut werden, du musst ja mal diese ganzen händischen, also die Service-Dienstleistungen, die können ja nicht von KI übernommen werden. Dieses Sack, der dir vor die Tür geknallt wird, muss ja jemand machen. Das macht ja keine KI. So, der ganze logistische Bereich dahinter, der kann von mir aus optimiert werden und das ist ja auch alles gar nicht so schlimm. Aber... Es kommen die Drohnen von Amazon schon angeflogen. In Amerika gibt es das ja schon. Dann bringt die Drohne, fliegt über dein Haus und schmeißt das Ding runter. Ja, aber das geht... Ein Rosenthal-Geschoss. Bei deinem Haus geht das, bei meinem Haus geht das, aber wenn du in irgendeinem Hochhaus wohnst, wie soll das denn gehen? Ja, übrigens... Du bist in dem Hochhaus, wo keiner mehr... Ich muss gerade sagen, wo die DHL gesagt hat, das stellen wir jetzt nicht mehr zu, weil unsere Fahrer da zusammengeschlagen werden. Ja, aber das ist ein Verlust von Zivilität. Das muss man ganz nüchtern so sagen. Ja. Wenn die Leute in No-Go-Areas gefangen sind, wo alle Errungenschaften der Zivilisation einfach von jetzt auf gleich verloren gehen. Ja. Ja, und dann eben auch, sagen wir mal, so ein wilder Westen ausbricht, aber vorrangig natürlich auch, weil die Leute immer wissen, sie werden nicht bestraft. Ich habe gestern so ein Video gesehen, da war so eine kleine Palästinenserin auf der Demo in Berlin oder was, da waren so vier riesige Polizisten um sie rum, ne? Und die hat einfach... Die wollte einfach nicht weggehen. Die wollten so... Und dann hat die Polizei... Hat die Polizei wohl aufgenommen mit ihren Brustkameras oder was? Und die Polizei blieb absolut cool. Bitte verlassen Sie jetzt den Platz. das ist ungenehm, wie auch immer, weißt du so. Und die so, warum reden sie denn mit mir? Warum reden sie denn mit mir? Also die hat... Inhaltlich hat die gar keine Diskussion mit denen angefangen, sondern die hat einfach irgendeinen Scheiß gelabert, weil nämlich ihr Ziel war, dem so auf den Sack zu gehen, ja? Und als Opfer dazustehen, dass sie dann irgendwann von den Polizisten irgendwie schlecht behandelt wird, ne? Sie haben sie dann hinterher da langsam aber sicher so vom Bürgersteig irgendwie auf die Straße da wieder weggeschoben. Und es waren natürlich zwei, drei Leute von ihr noch dabei. Aber wenn du das ist, wenn du das dir in Ruhe anguckst, eine Verrohung, das kannst du noch nicht mal sagen, Verrohung der Sitten, aber es ist schon, wo man einfach sich die Frage stellt, ja, was will die denn jetzt eigentlich? Ne? Also, meinst du, die Polizei, die da steht, wird jetzt vom Palästina befreien oder den Gaza-Krieg beenden? Das ist ja das Problem. Sondern was die machen da ist ganz gezielt und da ist nicht nur irgendwie Free Gaza, das sind auch andere Demonstranten bei anderen Sachen, die wollen einfach den Leuten auf die Eier gehen. Die wollen dem Staat und den Bürgern auf den Sack gehen, damit die Leute sehen, guckt mal, wir machen hier, was wir wollen. Das ist wie ein Machtkampf, der sich da abspielt, stellenweise auch bei den Klimaklebern ja auch. Ich muss überlegen, der Typ, der in Frankfurt sich festgeklebt hat letzte Woche und den Luftverkehr, der war selber in Bali in Urlaub mit dem Flieger, den haben sie ja schon öfter in der Presse und da denkt man sich auch, das sind doch Leute, die haben irgendwo eine Geltungssucht. Ja, und weil sie natürlich aber auch taktisch einsetzen können, weil sie genau wissen, nur das Extreme findet Berichterstattung. Wenn also der Klimakleber sich nicht festklebt, sondern wie im Hyde Park sich auf eine Kartoffelkiste stellt und sagt, wir müssen aufpassen, das Klima rutscht uns weg, dann wird er überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Und die Palästinenserin... Ausbekanntes, als weil du dich auf der Landebahn festklebst. Aber du hast ja von der Palästinenserin auch nur mitbekommen, weil Medien das transportieren. Klar. Und die Medien sind halt komplett außer Rand und Band. Also auch das, was wir hier machen, Social Media, bedeutet ja nur, du hast ein Anliegen und du willst damit durchdringen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dafür sorgen würde, ich schicke dir mal einen ukrainischen Soldaten vorbei und der schießt dir jetzt in den Kopf, dann würde unser Video natürlich super viral gehen. Ja? Wenn wir aber nur so labern, wie wir immer labern, dann können wir mit unseren paar tausend Nutzern da im Feed, müssen wir damit zurechtkommen. Und das ist unsere, die Logik. Und das führt natürlich zu totaler Konfrontation. Noch dazu, die Verkürzung von Inhalten. Da werden keine Zusammenhänge mehr erklärt oder auch gar nicht mehr gekannt, sondern es wird nur noch ganz kurzfristig abgerufen und maximal drei Sätze. Maximal. Wenn überhaupt, Arschloch reicht eigentlich schon als Statement zu dem Thema. Kannst du überall einsetzen. Und das kann ja nur zu einer Eskalation führen. Anders geht das ja nicht. Oder die Menschen wenden sich allesamt davon ab. Ja, aber es ist merkwürdig. Es ist wirklich merkwürdig. Was denkst du von der Olympiade bisher? Ich denke, wir kacken ziemlich ab, ehrlich gesagt. Also zwei Goldmedaillen nach vier Tagen hatten wir, glaube ich, noch nie. Eine war nicht erwartet von dem Schwimmer. 400 Meter Lagen ist super. Das war klasse. Und der Reiter, der Reiter, der gewinnt ja immer Gold. Und dann haben wir viele vierte Plätze. Gestern habe ich Kanu gesehen. Und ich sehe das ja mittlerweile eher so diese soziologischen Aspekte dahinter. Das sind ja absolute Superkönner. Sensationell, was die da machen in so einem Eiskanal. Du wirst ein Tor und dann wirst du versinken und wirst tot. Genau. Und die machen da Dinge. Und der letzte Franzose, der fuhr einfach sechs Sekunden schneller als alle anderen aus der Weltklasse. Also sensationell. Aber du denkst dir gleichzeitig auch, der hat ja, um dahin zu kommen, sein gesamtes Leben, sein gesamtes Leben, seit er fünf ist, in diesem Kanu verbracht und immer unter Einsatz seines Lebens, nur um dahin zu kommen. Und das ist eine Welt, die auch gerade stirbt. Ja, nee, das würde ich ja nicht sagen. Die Athleten sind ja aus der ganzen Welt da. Es sind auch Leute, wo man sich sagt, ich habe zum Beispiel Badminton geguckt, Tischtennis-Sachen geguckt. Alles toller Sport. Das finde ich eben das Geile bei der Olympiade, dass man viele Sachen einfach mal so nebenbei streamt, die man sonst ja nie im Fernsehen sieht, wo man keinerlei Interesse eigentlich auch für hat. Und wenn man sie dann guckt, wie zum Beispiel Volleyball, war ja enorm spannend und so weiter, ist es irgendwo geil. Ich sehe nur, sagen wir mal, so richtig ganz nach vorne kommen wir in den wenigsten Sportarten, gerade so Judo und so, oder jetzt auch solche Luftgewehrschießen war mir immer früher gut und so weiter. Also Luftpistole, Luftgewehr, da sind ja zig Dinger und die waren dann aber auch, ja, ich sage mal so, wir warten mal ab, wie es weitergeht. Die Kerber ist ja noch drin. Die ist 36 Jahre alt. Ja, die ist noch drin, was ja geil ist. Und im Tennis, also ich bin mal gespannt auf diese weiteren, wie sich das so weiter verhält. Aber ich gucke relativ viel so nebenbei und da sind da wirklich viele Sportarten, wo wir aber überhaupt gar nichts mehr sehen. Im Boxen haben wir drei Boxer da gehabt, zwei sind raus. Einer ist jetzt im Viertelfinale, hat einen Kampf gewonnen und ist dann schon direkt im Viertelfinale. Also kann relativ schnell in den Medaillenrennen kommen. Aber, naja, leichter. Also bei den Sportlern ist es halt so, dass die Masse des Angebots, also die Geburtenjahrgänge, die sind bei uns halt so rückläufig, dass es zwangsläufig mit der Qualität zurückgehen muss. Weil die Amerikaner haben einfach ein unendliches Potenzial an jungen Leuten. Die Chinesen genauso, die haben auch ein ganz anderes System dahinter. Bei uns musst du, wenn du in so Randsportarten, und das ist ja praktisch alles außer Fußball und Formel 1 sind ja Randsportarten. Ist ja mittlerweile so. Überleg dir mal, früher als Hans-Joachim Rauschenbach oder Adi Vorler die Sportschau moderiert haben, da wussten wir, gestern, das war so auffällig, da war so ein Beitrag, da haben sie die Sportler unabhängig von ihren Disziplinen nach dem Zuckerhara gefragt. Und du weißt, das ist eine Figur aus dem Turnen, mehr wusste ich auch nicht. Das ist so ein Überschlag über Zeitwert. Alle, alle Sportler, alle, die gefragt wurden, ob das jetzt ein Tennisspieler war oder ob das ein Boxer war oder ob das ein Volleyballer war, die wussten gar nichts. Und das hat es früher nicht gegeben. Definitiv nicht. Weil früher die Berichterstattung in ganz wenigen Kanälen über alles stattfand. Überleg mal, Galoppa des Jahres war früher eine wirklich spannende Auswertung. Adi Vorler hat das durchgesetzt beim WDR. Wir kannten uns in diesen Sportarten so querfeldein Fahrrad fahren, wo du immer so vermatschte Typen, die ihr Räder den Berg hoch tragen, die nie gefahren sind, immer nur die Räder getragen haben. Das waren Acht-Minuten-Beiträge, die waren gleichgesetzt mit der zweiten Liga übertragen. Ich streichle hier übrigens gerade meinen Hund. Nicht, dass jemand denkt, ich würde ornanieren. Oder der große Preis von Deutschland. Auch Pferderennen wurden auch durch Adi Vorler. Es ist ja so, bestimmte Journalisten haben damals bestimmte Sportarten verkörpert, die auch durchgesetzt, dass das weiter berichtet wurde. Und das war in dem Sinne im Vergleich zu jetzt auch schön. Und ich sehe, Handball ist auch ein großer Sport in Deutschland noch und kriegt ja auch super Einschaltquoten, wenn eine Europameisterschaft läuft oder so. Aber ansonsten, Einschaltquoten-mäßig hast du recht. Was wird in Deutschland zum Beispiel, wo kannst du Basketball Bundesliga, obwohl die Basketballer, die wir haben in Deutschland ja mittlerweile. Weltmeister, amtierender Weltmeister. Und trotzdem siehst du null Basketball im deutschen Fernsehen. Das stimmt nicht. Du nimmst es nicht wahr. Ich war ja von Anfang der 90er Jahre sechs Jahre Programmchef vom deutschen Sportfernsehen und wir haben in der Zeit deutsche Basketball Bundesliga live übertragen. Aber du hattest halt keine Einschaltung. Das hat niemanden interessiert. Das ist halt so ein Dorfsport. Da hat dann Hagen gespielt und oder wie früher denkt man frisch auf Göppingen im Handball oder TBV Lemgo oder ja, also wirklich aus der tiefsten Provinz und da konntest du immer nur diese Turnhallen abbilden. Ja, du hattest eine Zuschauertribüne mit 2000 auf der einen Seite, die man so hochklappen konnte wie früher bei uns im Schulunterricht und dann hattest du die Ziegelwand auf der anderen Seite und dann hing dann da so vom Lemgoer Metzger die Werbung. Das war halt alles, das war halt alles total provinziell und da ist es verloren gegangen. Es ist nichts investiert worden in diese Sportarten und jetzt müssen sich eben auf diese wenigen Highlights beschränken. Da ist ja auch eine Menge jetzt dann auch getan worden, dass diese Wochenenden im Sommer, wenn so sechs oder sieben oder acht Meisterschaften parallel stattfinden an Wochenenden, das ist ja auch sehr spannend, aber du musst halt auch stundenlang vor dem Fernseher hocken und das geht ja auch so ein bisschen verloren, weil ja alles nur noch am Handy bei TikTok in drei Sekunden abgeregelt werden muss und da geht da geht extrem viel Common Sense verloren, weil das habe ich jetzt auch wieder festgestellt, dass andere Generationen von unserem Leben gar nichts mehr mitkriegen, überhaupt nichts mehr. Nein, aber wenn du wieder mal Zuckerhaar bist oder wenn man sagen würde Doppelachsel, wirst du auch viele denken wie Doppelachsel, Zweiachsel oder so und vom Eiskunstlaufen eben ja so und der was ich glaube, was bei der jungen Generation weg ist, ist dieses große Allgemeinwissen, was wir haben und was wir haben, weil nur durch die Kombination zwischen Aufwachsen und öffentlich-rechtlichem Fernsehen, der Tageszeitung und der tatsächlichen Schule und Bücher lesen und so weiter und haben da die so ein breites Wissen in die Bevölkerung, weil ich sage dir, in unserer Generation wissen die meisten, was Zuckerhara ist, auch Leute, die nie Sport geguckt haben, die das gar nicht interessiert, die wissen da trotzdem irgendwie und das ist heutzutage tatsächlich nicht mehr der Fall, du hast da, weil durch die Social-Media-Dinger haben sich die, der Informationsfluss hat sich komplett verändert, die kennen jetzt Typen, die da ihre Videos machen, die aber natürlich weltweit keinerlei Bedeutung haben, während der große Preis von Deutschland oder was weiß ich, das Kentucky Derby hat eben irgendeine Bedeutung und das ist zum Beispiel auch das ist schon irgendwo schockierend, ich weiß nicht, ob der Welt damit was durch die Lappen geht und so weiter, aber du hast das natürlich mit unserer Generation sterben eben auch bestimmte Sachen einfach aus, wo du, was weiß ich, du wirst irgendwann John Wayne wird keiner mehr kennen in 30 Jahren, keiner. Geht schon, geht schon, also es ist jetzt nur noch unsere Generation und wir sterben auch nicht aus, weil wir ja so alt werden, deswegen haben wir es in Deutschland ja auch so gut, ja das vergessen wir ja immer, dass wir das eines der ältesten Länder der Erde sind und wir mit unserer gemeinschaftlichen Empfindung aus der Vergangenheit noch zusammenbleiben, denn die jungen Leute heutzutage sind ja in Deutschland in der Minderheit, was natürlich einen ganz anderen Konfliktstoff behält, aber du siehst ja auch diese riesige Sucht nach Gemeinsamkeit, das siehst du bei Public Viewing oder jetzt bei Taylor Swift, ja, die die wollten ich kann bitte jetzt nicht, sag nicht, das habe ich Gott sei Dank nicht mitgekriegt, ich habe es so gesehen, oder unser, mein Lieblingspolitiker Markus Söder bei ACDC, du denkst, oder gestern hat er Gyros verteilt, also der, das ist ein Suppenkasper geworden, also der beschädigt ja wirklich das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten wie noch niemand, der denkt, der ist volksnah, bis der Arzt kommt, nein, 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 wenn sie da steht und mitsingt, auch, ich bin mir nur gespannt, wer ihre Karte bezahlt hat, also das kommt wahrscheinlich später auch noch raus, hast du das gesehen, die einen hier haben sich doch verzockt im Internet-Casino von den Grünen, hat mehrere Abgeordnete Geld verloren, also ich meine, die können ja ruhig Geld verlieren, nur nicht Parteigeld oder öffentliche, die haben doch, die Linke hat doch im Bundestag eine kleine Anfrage gestellt, was diese Reisen von Scholz und Kabinettsmitgliedern zu den Europameisterschaften Fußballspielen gekostet haben und sie kamen auf fast 600.000 Euro. Ja, und das war in Deutsch, kannst du dir mal vorstellen, wenn die beim nächsten Mal in Amerika und Kanada spielen, was da auch für ein Spesenzettel kommt, dass sie sich jetzt auch, wir wollen sich ja bewerben für die Olympiade, die Fäser und so weiter, das ist, ja, ich meine, das ist für mich so Realsatire und was mich geschockt hat diese Woche, war tatsächlich die Sache mit Baerbock und Assange. Ja, der Fabio De Masio da von der Wagenknecht-Partei, der ist ja an sich ein ganz pfiffiges Kerlchen, und da wurde ja quasi, es ist bewiesen, dass das Auswärtige Amt, die Baerbock, die immer gesagt hat, man muss den Assange freilassen, wie auch immer, als sie nicht in der Regierung war, dass sie dann eben mal die Kehrtwende gezogen hat und hat eben absolut, die hat nicht nur nichts getan, dass Assange freikommt, sondern hat dagegen gearbeitet. Der hat im Auftrag von ihrem Buddy Blinken sich komplett zurückgehalten, hat den Assange nicht als Journalist bezeichnet und so weiter und so fort, und das zeigt diese, neben dem ganzen Social-Media-Charme, den die uns entgegenwerfen, wo sie immer so tun, sie sind aus dem Volk, das zeigt der gesamte Zynismus, der dahinter steckt, ja, und das finde ich gerade auch bei der Baerbock einfach so schändlich, ne, also dieses, du kannst ja von Anfang an sagen, für mich ist der Assange ein Verbrecher, mit dem ich es zu tun habe, ist egal, ob dein lebenslange Knaske, wenn das deine Meinung ist, dann ist das deine Meinung, aber wenn du sagst, das ist ein Skandal, wie der da festgehalten wird, in England, und der hat jetzt schon lange genug erst in der Botschaft gesessen und dann da im Gefängnis und dann hinter den Kulissen tust du das Gegenteil von dich einsetzen dafür, dass der Thema mal durchkommt oder beendet wird, das ist natürlich, aber warum ist das so? Nein, ich glaube also bei der Baerbock, ich sehe, es gibt bestimmte deutsche Politiker, da gehört der Spanier auch dazu, das hast du ja auch beim letzten Mal gesagt, aber eben auch der Röttgen und vor allen Dingen auch Kiesewetter und eben auch der Hofreiter und die Baerbock auch, die sind irgendwie doch sehr nah an Amerika, an den Interessen Amerikas, sind die näher als an den Interessen von Deutschland und das ist merkwürdig, sagen wir es mal so, die haben auch oft Geschäfte in Amerika, haben da studiert, haben da gute Kontakte und es ist ja sehr auffällig wie gerade die Baerbock und der Blinken verstehen sich ja wie Patt und Patterchen und Dick und Dorf, also sie verstehen sich sehr, sehr gut, sichtbar seit Anfang der Regierung und ich bin ja Folge beiden auf Social Media, also ich sehe immer wie die so miteinander zwinker, zwinker und das ist meines Erachtens nicht die Aufgabe einer deutschen Außenministerin, also und losgelöst davon muss man eben auch, die hat ja gar keine Probleme nach China zu fahren und die Chinesen zur Sau zu machen, also die hat keine Probleme da auch Kritik zu üben und so weiter, wo es aber auch konform ist wiederum mit der amerikanischen Politik und wo es nicht konform ist, da ist sie da nicht, man sieht ja auch in der Bundesregierung eine der Haupt, man kann sagen Unterstützer der Ukraine oder man kann eben auch sagen Hauptfans davon diesen Krieg weiterlaufen zu lassen. Ja, das glaube ich nicht, es ist niemand Fan Kriege weiterlaufen zu lassen, das glaube ich nicht, ich glaube, dass da wirklich eine echte Überzeugung da ist, dass man es so nicht laufen lassen kann, wie es jetzt aussieht, der Putin hat ja Bedingungen gestellt, wie er denn den Krieg jetzt beenden würde, hat er ja gesagt, also jetzt Status Quo plus noch ein paar Gebiete muss die Ukraine abtreten und dann würde er vielleicht mal Ruhe geben, so hat er gesagt. Ja, aber damit muss man sich ja mal beschäftigen, du kannst ja nicht sagen, das kommt ja gar nicht in die Tüte, ich glaube, dass die das tun und zu dem Ergebnis kommen, nee, so kann es aber nicht sein, weil dann wäre ja alles, was wir gemacht haben, umsonst und das Land ist auch noch tot, kommt ja noch hin zu. Ich habe dir ja mal den MDR Podcast da geschickt, den die immer machen, regelmäßig, generell und so, ich meine, rein, also die Leute, die den Krieg rein ausrüstungsmäßig, menschenmäßig, ausrüstungsmäßig verfolgen, sagen jetzt nicht unbedingt, dass es im Interesse der Ukraine ist, den Krieg ewig weiterzuführen, also, so und das deshalb, also ich frage mich wirklich, worauf die warten, also es besteht ja jetzt gar keinen Anlass, heute wieder ein Sommerinterview zu geben für den Bundeskanzler, man könnte ja auch mal das Heft in die Hand nehmen und irgendwie anregen, man trifft sich nächste Woche Dienstag und nicht, ja, vielleicht machen wir Weihnachten, wo schon wieder 50.000 Leute tot sind, die nächste Konferenz, das ist so für mich so, ich verstehe das einfach gar nicht, wie man so Sachen, so auf die lange Bank immer schieben kann oder will, als ob da irgendwas Positives passiert. Ich war ja immer so blauäugig, dass ich wirklich glaube, dass im Hintergrund die Kanäle glühen und dass da eruiert wird, welche Möglichkeiten es gibt, ich muss aber, glaube ich, feststellen, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, dass dadurch, dass der Joe Biden als wesentlicher Maßstabgeber in diesem Krieg die Tragweite nicht überreißt und da nicht führt, weil er einfach nicht, nicht hält und nicht wach genug ist und wenn dann ein deutscher Außenminister oder ein deutscher Bundeskanzler sich so verhält, wie er es tut, dann ist das ja nur Alibisierung. Sie wollen keine eigenen Haltungen aufweisen, weil sie so abhängig davon sind, dass der Amerikaner das schon alles in ihrem Sinne macht. Also was wir maximal, habe ich ja letztes Mal auch gesagt, was wir maximal können, ist Geld zahlen. Wir können ja materiell nichts beitragen und wenn wir den Leo 2 schicken, dann nur, wenn die Amerikaner ihren Abrams schicken und diese ganzen Bedingungen, das lernst du ja in der Grundschule, das sogenannte Jungtim, also Dinge miteinander zu verknüpfen, die gar nichts miteinander zu tun haben, lähmt dich natürlich als Politiker. So, jetzt, ich glaube aber, weil der Scholz hat ja auch die SPD im Nacken, seine Fraktion im Nacken, die sind ja mehrheitlich gegen, sehen sich ja als Friedenspäpste und als, ja, und die wollen dann verhandeln. Ich habe halt immer die Problematik, mit wem über was und kommt man wirklich zu einem Kompromiss mit Putin? Also ist die Vorstellung da, dass der Hake frei gibt, anstatt es jetzt dauerhaft zu zerstören? Ist das wirklich so? Und dann muss man ja auch die Frage stellen, was ist denn seine Begründung dafür, dass er ein Land überfällt und dann Teile dieser Gebiete für sich reklamiert und die dann auch bekommt, weil er eben möglichst viel militärischen Druck gemacht hat und also unglaubliche Verbrechen begangen hat? Und wo, wie wollen wir denn danach weiterleben in einer Welt, wo wir so offensichtliche Verbrechen unsanktioniert geschehen lassen, obwohl wir uns dagegen gewehrt haben? Ja, aber das Thema müssen wir einfach ad acta legen. Also ich meine, ich sehe da einfach keine andere Möglichkeit. Du kannst immer hinterher noch nachkachten, bis der Arzt kommt, nur es bringt einen jetzt im Vorgehen nicht weiter. Im Vorgehen bringt es dir ja nur was, wenn du jetzt quasi in irgendeiner Art und Weise, und dafür brauchst du auch die Chinesen, die dann auch mit, also du kannst zum Beispiel jetzt nicht Putin und du bist Scholz, Macron, Biden oder Harris und Zelensky und du hast den Putin da sitzen. Das bringt auch nichts. Du brauchst von Putin auch irgendwelche Supporter, die dann nämlich die Nachrichten quasi zum Putin schmackhaft machen. So, und das ist natürlich nichts anderes als ein zynisches, und ich habe es ja auch in unserem letzten Podcast gesagt, wie zynisch der die Leute einfach da opfert, das ist dem alles so scheißegal, ja, und das ist, eben das Schlimme, dass das im Prinzip ja taktisch enorm klug ist von ihm, ne, und der hat unglaublich viele Soldaten, die hatte, das war noch nie in der Ukraine, die haben in diesen Krieg überhaupt nicht eingegriffen, die hat er überhaupt noch nicht benutzt, auch hochqualifizierte Soldaten und so, und der weiß, die Ukraine wird so richtig schlachtreif geschossen, die sind müde, sind verletzt, fallen auseinander, es wird einfach nur noch, es ist einfach negativ, was, diese negative Stimmung, so, und, ähm, das ist das, was ich nicht, also, wir waren ja im Zweiten Weltkrieg nicht dabei, wir waren ja im Vietnamkrieg nicht dabei, also ich nicht persönlich, ja, und, äh, das ist jetzt zum ersten Mal, dass man so eine Erfahrung sieht, irgendwie, bei Afghanistan habe ich mich auch immer gefragt, warum bleiben wir da so lange da, aber da sind ja kaum Leute gestorben, muss man natürlich auch mal sagen, Afghanistan waren ganze Jahre, da ist kein einziger deutscher Soldat gestorben, da sind insgesamt unter 100 deutsche Soldaten gestorben in 20 Jahren Afghanistan, 15 Jahren Afghanistan, also es war jetzt nicht, das war eine Besetzung, und da wurde das verteidigt, da gab es immer wieder Terroranschläge, es war aber insgesamt kein wirklicher Krieg in Afghanistan, da muss man auch mal so sehen, aber das ist jetzt ein richtiger, verlustreicher Krieg, aber nicht von deutschen Soldaten, nicht ein einziger Soldaten, aber trotzdem, ich fühle jetzt mehr mit den, sagen wir mal, mit den Soldaten, Soldaten aus der Ukraine, ne, und ich denke einfach, Aber das ist ja gemessen an dem, was du gesagt hast, zu Afghanistan oder jetzt auch in Israel, das sind ja keine Kriege, weil du ja gar kein Land als Gegner hast da, so hier ist eine Atommacht, Russland hat einen unbescholtenen Staat überfallen, ohne Grund, wichtiges Land als Gegner, ohne jeden Grund, den Krieg erklärt mit Angriffen, so, und hören jetzt nicht mehr auf damit, und das Problem, das entsteht, ist, es soll sanktionsfrei ablaufen, dass das jetzt, wir sind, wir sind ja in unserer Mentalität sturmreif geschossen, das kommt ja auch hinzu, nicht nur die Ukraine, die ja auch als einzige Betroffenen gefragt werden müssen, ob sie überhaupt verhandeln wollen, das kannst du weder als Joe Biden noch als Olaf Scholz, denen oktruieren, was da passiert, sondern das müssen die selber entscheiden, und du kannst nur sagen, wir unterstützen euch maximal, was wir nicht tun, sondern wir reden viel darüber, und wir handeln relativ wenig, weil wir davor Angst haben, dass der Mann im Kreml komplett durchdreht, und die Folge dessen ist, er sieht, oder man muss nochmal zurückgehen, oder Jelzin ist verarscht worden von Clinton, darum ging es, in der Ursprungsaussage, und der Putin war bis 2008 noch dabei, der war ja auch G8, der war ja mit in dieser Riege aufgetreten, aber Obama hat damals gesagt, er ist nur noch eine Mittelmacht, und das hat Putin nicht verzeihen können, weil er in seiner Großmachtsdenke, so ist er groß geworden, die große Sowjetunion, dieses alte Russland muss wieder leben, das hat er immer noch im Kopf, so, und da ist zu wenig sensibel mit ihm umgegangen worden, weil man auch dachte, ja, aber er ist so abhängig von uns wirtschaftlich, der wird das niemals tun, was er dann getan hat, und wir, wir beide, Uwe, haben so auch gedacht, so, und wenn einer so eine rote Linie überschreitet, dann wird er das nie mehr nicht tun, er wird das immer machen, und das ist das Problem. Ja, aber wenn er weiß, er wird dann platt gemacht, dann macht er das nicht, ich meine, er ist immer noch ein eiskalter Kalkulator, das hat ja kein Krieg mit der NATO an. Er hat ja den, das haben wir ja hundertmal besprochen, als Antwort von Frank-Walter Steinmeier, der damals Außenminister war, von Angela Merkel, François Hollande und später Macron, waren die Minsker Prozesse. So, und da hat er sich darüber totgelacht, was für eine Scheiße hat er gedacht, wie schwach sind die denn? Da hätte er aufs Maul bekommen müssen, und das ist nicht geschehen, sondern er hat damals während Minsk auch gesagt, ja, aber diese Gaspipeline, die bauen wir, zum Nachteil der Ukraine, zum Nachteil der Polen, zum Nachteil der Tschechen, zum Nachteil des Baltikums. Die haben ja alle damals schon geschrien, seid ihr verrückt geworden? Ja, nicht geworden, sondern die waren, die wollten selber weiter Geld verdienen. Die Ukraine war viel Geld verdient, dadurch, dass das Gas durch das Land Ist doch legitim, oder? Ja, klar, aber trotzdem war im Interesse von Deutschland, eine Direktpipeline war im Interesse von Deutschland. Ja, also, darüber kann man ja streiten. Wo man nicht drüber streiten kann, ist, dass er da angegriffen hat und dass er sozusagen damit bewiesen hat, dass ihm seine eigenen Leute und der Feind, es ist ihm alles scheißegal, alles, was seiner Machtpolitik in die positive die Wege kommt, das macht er. Und er nimmt da auf nichts Rücksicht. Ja, ich denke aber, der Selinski weiß ja mittlerweile auch, der ist ja nicht blöd, der ist ja nicht, der ist schon ein intelligenter Mensch und ich glaube, er weiß, dass eine Nicht-Einigung immer beschissenere Konsequenzen für ihn haben wird. Und für ihn, aber auch fürs Land. Und ich denke schon, also das spreche ich dem Selinski auf jeden Fall zu, ich glaube schon, dass dem Selinski die Ukraine und wie es mit der Ukraine geht, wichtiger ist als er selbst. Also als er selbst als Präsident. Das hat er ja bewiesen. Ja, also ich glaube nicht, dass er jetzt so ein Typ ist, der sagt, ja gut, ich will ja mich nicht abwenden, das hattest du ja mal gesagt im Podcast, dass er, dann verliert er seinen Job, wie auch immer. Ich glaube, das ist mit dem auch egal. Wenn dafür Frieden wäre, dann würde er auch abtreten. Er war jetzt auch lang genug Präsident. Da zolle ich dem alles zu. Aber man darf sich nicht dann immer weiter von quasi falschem Stolz leiten lassen. Nur weil man Recht hat. Ich hatte ja so eine Situation mit meinem ganz kleinen Vergleich natürlich, aber ich war immer im Clinch mit meinem Vermieter für mein Restaurant in Vancouver, weil er einfach absolut es nicht erfüllt hat, was da im Mietvertrag stand und so weiter. Und er hat sich dafür nicht interessiert und nicht die Miete gemindert oder sonst irgendwas. So. Und wie ist das am Schluss ausgegangen? Wie ist Vornberger schießen? Ich habe nichts gekriegt und der hat nichts gekriegt, aber beide hatten 250.000 Dollar Rechtsanwaltskosten auf der Uhr und es war einfach komplett sozusagen, weil man sich da reingesteigert hat. Eine ganz normale Reaktion darauf wäre, was ich nicht nachgeben will. Wenn es normal wäre, ich hatte das mal in meiner Firma, waren zwei Bereichsleiter, die sich aufs Blut bekämpft haben und dann musste ich denen irgendwann sagen, passt mal auf Leute, ich weiß nicht, wie es ohne euch weitergehen soll, aber ich werde es versuchen. Ihr werdet beide rausfliegen. Ich schmeiße euch beide raus. Weil dann habe ich Frieden, dann wird vielleicht die Arbeit mal ein halbes Jahr nicht gemacht, aber das ist mir lieber als diese Scheiße hier. Diese destruktiven Müll und das müsste eben mit Putin und Zelensky auch geschehen und der gesamten Nomenklatura, also das ganze Kabinett ausgetauscht und dann irgendwelche Friedensmissionen. Nur da sind wir ja meilenweit von entfernt, weil wir den nicht entsprechend unter Druck setzen. Der Zelensky steht unter Druck. Putin wird ja nur ausgetauscht, also Putin, da können wir ja nicht, da haben wir keinen Einfluss drauf. Was? Wenn er umgebracht wird, dann wird er ausgetauscht. Ja gut, aber da haben wir doch jetzt keinen, also außer... Nee, haben wir nicht, wir beide sowieso nicht. Wenn es nach mir ginge, ich würde es machen. Ich bin vom Völkerrecht, Tyrannenmord ist gedeckt. Ja gut, ja, aber du weißt dann auch nicht, ja, dann kommt der Ding ins Hia, wie ihr seid. Ich würde dann wahrscheinlich vom Kreml umgebracht, glaube ich, glaube ich. Dann würde mein Hof hier in Flammen aufgehen. Ist ja relativ einfach. Du hast eine extra Drohne im Iran hergestellt, die fliegt über die Strömme und pulverisiert dich. Naja. Ich muss jetzt übrigens mit den Hunden raus, die lecken hier schon die Küche. Wir haben heute was ein bisschen kürzer, nächste Woche dann wieder länger. Nee, wir sind ja schon wieder eine Stunde dran, oder? Ja, das stimmt. Na siehste. Nächste Woche in alter Frische. Toho Wabohu heute, ohne jede Führung, einfach losgelabert. Und ohne Fußball. Ui! Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Ich lese jeden Tag, wo der Hummels nächste Saison spielt. Und Jonathan Tarr. Wo spielt denn mein Jonathan Tarr nächste Saison? Echt? Wollen sie den auch verkaufen jetzt, oder was? Nee, Bayern will den ja haben. Und Rolfes hat gesagt, ja, dann macht ein Angebot. Dann haben sie eins gemacht und Rolfes ist nicht mehr ins Telefon gegangen. Was haben sie dann geboten? 20 Millionen? 18. Ja, siehst du, aber dann muss... Die werden den verkaufen. Der wird zu Bayern gehen, gerade wo der Japaner, der Ito, jetzt auch ausgefallen ist mit Mittelfußbruch. Wird aber Bayern München 35 Millionen bezahlen, glaub mir das. Absolut, das glaube ich. Aber das ist auch wert. Ja, nur das Problem ist, Bayern München hat jetzt schon so viel Geld ausgegeben, haben wir ja letzte Saison, letzte Saison schon gesagt, und die kriegen keinen verkauft. Ja, die sitzen auf allen Spielern. Ja, und jetzt haben sie dann einfach ihr Festgeldkonto aufgebraucht an Spielergehältern. Ja, aber die werden verkaufen ja wieder gute Saisonkarten, dann kommt da wieder was rein jetzt. Ja, die sind aber, was die Einnahmesituationen sind, sind sie am maximal, ja. Und wenn die jetzt, wenn die Dritter geworden sind in der Bundesliga letzte Saison, das ist ja wie die größte Demütigung überhaupt. Also, denen fehlt Geld. Die können jetzt keine neuen Spieler mehr kaufen. Alles, was jetzt durch die Gazetten getrieben wird, ist abhängig davon, ob Coman, Gnabry und ein paar weitere, also vielleicht auch Kimmich, verkauft werden können. Ja, aber es klappt ja anscheinend nicht so besonders gut mit Leuten, die immer verletzt sind und so weiter. Der Company hat ja schon gesagt, Gnabry will er gerne behalten. Kaffeeklasse, sage ich noch. Genau. Ja, dann würde ich doch sagen, die Bayern München, als Stichwort, muss die Schuldenbremse auch aufheben. Genau. Genau. Dann könnte es auch mal wieder... Oder Uli Hoeneß abfackeln am Tegernsee. Alles klar. Also, dann machen wir. tschüüüüüü